Sooo, jetzt gibt es wieder heute eine Mondfinsternis und man sieht, sie hat tatsächlich schon begonnen, so kann ich es jetzt mit dem Handy filmen, vielleicht mache ich auch nochmal Digitalkameraaufnahmen, es geht gerade richtig schnell, also vor ein paar Minuten war das noch kaum zu sehen, ich blende dann nochmal ein paar Fotos ein. Okay, also wenn sie jetzt mal scharf werden würde, ja man sieht sie schon wunderschön, richtig cool, sie wird aber eher einen Höhepunkt erreichen, wenn sie der Mond schon unterm Horizont ist. Okay, also es schreitet schon voran, man wird noch ein bisschen was sehen können bis zum Horizont. Sooo, ging 4.50 Uhr. Ja, der ist nicht mehr weit von den Bäumen entfernt, jetzt kommen bald die besten Bilder. Vögel fliegen durch. Es geht richtig schnell voran. So, jetzt verschwindet der Bauch schon im Dunst, da kann man jetzt doch nichts mehr fotografieren. Ja, ich denke, das war es dann auch schon wieder mit dem Mondfinsternis und wir sehen uns bei neuen Videos. ' Ja, ich denke.